Manchmal läuft's so richtig, richtig mies. Betritt den Feuerwachturm. Ja, aber vorher guck ich mich noch ein bisschen um. Weil ich's kann. Vollmond. Da fällt der Turm gar nicht auf. Was? Was? Feuerwachturm. Sorrowfair. Okay. Rennen kann ich immer noch nicht. Da hinten ist der andere Feuerwachturm. Okay. Gehen wir doch mal so, dass wir uns den angucken können. Okay. Da ist er. Da brennt auch Licht. Oh, was haben wir hier? Ein Generator. Plumpsklo. Ein alter Baseball. Okay, die Bewegung ist ein bisschen zackig. Ob wird denn vielleicht ein bisschen höher? Ja. Oh, komm. Yay! Volltreffer! Mann, verzeihe mir, ähm, der Leihkinder rein. So. So. Der Generator läuft, er summt und sucht und übertönt uns. Na dann. Na dann. Es wird dunkel. Ernsthaft? Ah, da können wir da rein. Ah, da können wir da rein, aber wozu? So. Ein bisschen die Aussicht genießen. Da ist der andere Feuerwachtturm. Da ist der andere Feuerwachtturm. Aha. Mit Rechtsklick können wir also ein bisschen ranzoomen. Ist doch schon mal schön. Viel, viel Berge, viel, viel Wald. Ich fühle mich dezent an, äh, Dingens, äh, The Long Dark erinnert. Schalte den Strom ein. Okay, wir haben Licht. Na, wen haben wir da da? Linke Umschalttaste, um das... Ah. Um, hallo? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for two days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I... Sleep? Forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Äh, du hast drei Ehemänner umgebracht und du gehst gegen deine Mutter? Du hast drei Ehemänner umgebracht. Okay, uh, you've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Ja, ich denke, wir werden uns sehr gut mit der Layla verstehen. Tag 1. Ganz saft. Antwort auf den Funkruf. Naja. Ich will das jetzt erstmal, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich weiß, aber ich will jetzt nicht. Was ist das? Space Puffs? Delilah, halt die Klappe. Und Seife? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Fire Finder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You used this to spot, you guessed it, fi- What the fuck? What is it? Nothing. Um, you, uh, you used this to- Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Uh. Are those fucking fireworks? Was? I need you to confirm, do you see them? Ach, N. Uh. Seriously, are you seeing this? Whoa, that's not legal, right? Uh, no. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like two days away. Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? Easy there, dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Yeah, good. Then we'll just throw that thing out of here. What's going on. So. Wyoming, blah, blah, blah. Fire. Mm-hmm. Cotton. Ah. Okay. Okay. Äh, da rum was runter. Ah, da haben wir die Gaskanister. Auch gut. Mm-hmm. Nicht den Kopf anstoßen. So, wie? Ich muss doch irgendwie laufen können. Das gibt's doch nicht. Ähm, Karte lesen. Okay. Okay, wir sind jetzt hier. Johnseal Lake. Westen 1,1 Kilometer. Mal gucken, wann denen die Feuerwerkskörper ausgehen. Ja, da gibt's immer wieder Leute, die so dämlich sind, in einem staubtrockenen Wald irgendwie Feuer zu machen oder sonst irgendwas. Selbst Glasscherben liegen lassen kann da schon sehr gefährlich werden. Äh, braucht bloß der richtige Lichtstrahl im Brennpunkt durchzufallen und... WUSCH! Schon fackelt man den halben Wald ab. Und abgesehen davon, dass es A, eine Straftat ist und B, sehr teuer werden kann. WUSCH! Aber hier haben wir... So, Karte haben wir aktualisiert. Hüslerriegel. Wir nehmen das Seil. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Äh, Tannensapfen können wir drin lassen. Was haben wir hier? Nachricht. Run, hey man, Guy couldn't take it. So I locked up his lockout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked hiking into the park. But let's get fucked when I get back, Dave. You can't just pause and translate it into the box. It's from 86, it's a bit... Ähm... Nehmen wir mit. So. Ich muss zum... Glücklicherweise verraten, die uns ja immer wieder, wo sie sind. Äh... Da ist Westen. Das ist gut, das gefällt mir. Ach, R. Ich muss es nicht mal gedrückt halten. Einmal reicht. Wir haben auch keine Ausdauer, die runtergehen kann. Sehr schön. Gefällt mir. Oh, was haben wir denn hier? Hört ihr das auch? Was ist irgendwo hier? Ich will immer mit der Taste laufen. Hey, there's a tree out here, that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500 pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. Nein, da komme ich nicht hoch. Also bitte. Okay, also hier sind grizzlies. Nicht? Aha. Da sind die Spaßvögel. Seil an Haken befestigen. Ich habe irgendwie Sorge. Abhang. Sehr steil. Ach. Ich weiß nicht. Ich traue den Saal keinen Meter. Ah! Okay. Ich hatte recht. Ach. Okay. Wir können jederzeit Nachrichten und Chits nachlesen. Das ist gut. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No. I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Okay.